Was sind die fünf Säulen des Islam? Die fünf Säulen des Islam bilden den Rahmen des Lebens eines Muslim. Sie sind das Glaubensbekenntnis, Gebet, Zakat geben, Unterstützung der Bedürftigen, Fasten im Monat Ramadan und einmal im Leben die Pilgerreise nach Makkah für die, die es sich leisten können. 1. Das Glaubensbekenntnis Das Glaubensbekenntnis, La-Illaha-Illala, Muhammadun Rasulullah, muss mit Überzeugung gesagt werden. Dieser Ausspruch bedeutet, es ist kein wahrer Gott außer Gott, und Muhammad ist der Gesandte, Prophet, Gottes. Der erste Teil, es ist kein wahrer Gott außer Gott, bedeutet, dass niemand das Recht besitzt, angebetet zu werden, außer Gott allein, und dass Gott weder einen Partner noch einen Sohn hat. Das Glaubensbekenntnis heißt Schahada, es ist eine einfache Formulierung, die mit Überzeugung gesagt werden sollte, wenn man zum Islam konvertieren möchte. Das Glaubensbekenntnis ist die wichtigste Säule des Islam. 2. Gebet Muslime verrichten fünf Gebete am Tag. Jedes Gebet dauert nicht länger als ein paar Minuten. Das Gebet im Islam ist die direkte Verbindung zwischen dem Gläubigen und Gott. Es gibt keinen Vermittler zwischen Gott und dem Gläubigen. Im Gebet fühlt der Gläubige innere Freude, Frieden und Ruhe und dass Gott mit ihm oder ihr zufrieden ist. Der Prophet Muhammad sagte, Bilal, rufe, die Leute, zum Gebet, beruhige uns damit. Bilal war einer der Gefährten Muhammeds, der beauftragt war, die Leute zu den Gebeten zu rufen. Die Gebete werden in der Morgendämmerung, am Mittag, am Nachmittag, bei Sonnenuntergang und in der Nacht verrichtet. Ein Muslim kann fast überall beten, draußen, in Büros, Fabriken oder Universitäten. 3. Zakat geben Unterstützung der Bedürftigen Alle Dinge gehören Gott und der Reichtum ist den Menschen nur anvertraut. Die eigentliche Bedeutung des Wortes Zakat ist Reinigung und Wachstum. Zakat geben bedeutet, einen bestimmten prozentualen Anteil von Besitztümern an bedürftige Menschen zu spenden. Dieser Prozentsatz von 2,5% wird fällig auf Gold, Silber und Bargeld, das den Betrag von 85 Gramm Gold entspricht und sich für ein Mondjahr im Besitz befindet. Unser Besitz wird dadurch gereinigt, dass wir einen Anteil davon Bedürftigen geben, sowie das Beschneiden der Pflanzen neues Wachstum ausgleicht und fördert. Man darf natürlich so viel freiwillige Almosen geben, wie man möchte. 4. Fasten im Monat Ramadan Jedes Jahr im Monat Ramadan, fasten Muslime von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. Dabei halten sie sich von Essen, Trinken und Geschlechtsverkehr fern. Fasten ist förderlich für die Gesundheit, wird jedoch hauptsächlich als Methode der geistigen Selbstreinigung betrachtet. Durch die eigene Einschränkung von den weltlichen Dingen, selbst für eine kurze Zeit, gewinnt der Fastende wahre Zuneigung zu den Hungrigen und eine Weiterentwicklung für sein geistiges Leben. 5. Pilgerfahrt nach Makka Die jährliche Pilgerfahrt, Hatsch, ist einmal im Leben Pflicht für die, die körperlich und finanziell in der Lage dazu sind. Über zwei Millionen Menschen kommen jedes Jahr aus allen Ländern der Erde nach Makka. Obwohl Makka immer ein Anziehungspunkt für Besucher ist, findet die jährliche Hatsch im zwölften Monat des islamischen Kalenders statt. Männliche Pilger tragen besonders einfache Kleidung, die jegliche Unterscheidung nach Klassen und Kulturen unmöglich macht, sodass alle gleich vor Gott stehen. Pilger beten in der Haram-Moschee in Makka. In dieser Moschee befindet sich die Kaaba, zu der sich die Muslime beim Beten hinwenden. Die Kaaba ist ein Ort der Anbetung. Gott befahl Abraham und seinem Sohn Ismael sie zu bauen. Die Riten des Hatsch bestehen aus dem siebenmaligen Umkreisen der Kaaba und dem siebenmaligen Gehen zwischen den Hügeln Safa und Mava, wie es Hagar auf ihrer Suche nach Wasser getan hat. Dann stehen die Pilger zusammen in Arafah und bitten Gott um seine Vergebung und was ihnen noch am Herzen liegt. Dieser Tag wird oft mit dem Tag des Gerichts verglichen. Das Ende des Hatsch bildet das große Fest Eid al-Adha, das mit Gebeten begangen wird. Dieses und Eid al-Fitr, ein Festtag am Ende des Ramadan, bilden die zwei Feste des islamischen Kalenders.